Hallo miteinander, ich bin's mal wieder, der Insta-Gattenquetscher aus dem schönen Würzbach. Ich habe mal gerüstet euch ein Liedchen zu spielen und zwar heute mal was nicht von mir, sondern von James Last. Ich habe das im Orchester immer ganz gern angehört und das Lied heißt morgens um sieben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei und gute Unterhaltung. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Bis zum nächsten Mal.